Meine Güte, was war das mal wieder für eine rote Woche? Die Kurse fielen und fielen und ich habe mich, naja, gar nicht mehr getraut, ins Portfolio zu schauen. Na Quatsch, so schlimm war es nun auch wieder nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass die Rallye der letzten Wochen vielleicht doch etwas übertrieben war. Und damit herzlich willkommen beim Depot-Update Mitte September 2022. Heute schauen wir uns die Entwicklung meines mittlerweile neun Monate alten Community-Portfolios an. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so alt schon ist. Und für dieses Portfolio habe ich ja schon länger nichts mehr gekauft, weil ich ja einige neue Portfolios in den letzten Wochen und Monaten vorgestellt habe. Wir werden demnächst wieder für das Community-Portfolio Aktien kaufen, dazu später mehr. Wir schauen uns natürlich heute auch meine neuen, also meine Crash-Portfolios an, die ich vor drei Monaten erstellt habe. Bevor wir loslegen, möchte ich ganz kurz auf mein letztes Video hinweisen, das einigen leider nicht angezeigt wurde, auch trotz Aktivierung der Glocke. Danke dafür, YouTube. Ich habe eine günstige europäische Coinbase-Alternative vorgestellt. Also wenn du offen für eine interessante Kryptobörse bist, schau gerne mal rein. Ich verlinke das Video natürlich in der Beschreibung. Beginnen wir direkt mit meinem Community-Portfolio. Wie wir sehen, hat sich an meiner Gewichtung ein wenig etwas verändert. Und eine Aktie wurde etwas groß in meinem Portfolio und das ist Cloudflare, die ich zu einem, naja, günstigen Zeitpunkt gekauft habe, die zeitweise 30% mein Plus war. Mittlerweile ist Cloudflare auch ein bisschen wieder zurückgekommen. Und eine Aktie in meinem Portfolio, beziehungsweise zwei, sind ziemlich gering gewichtet. Ursprünglich war Sofina deutlich größer gewichtet, dazu später mehr. Investor B oder AB war sowieso eine Aktie, die nicht mit so viel Geld gekauft wurde. Also war die ursprüngliche Gewichtung dieser Aktie sowieso nicht so hoch wie die von Sofina. Also das sind aktuell meine Aktien im Depot. Und ja, hier muss natürlich noch einiges mehr dazu. Wir sind, wenn wir uns mal die Sektoren anschauen oder die Branchen, schauen wir die Sektoren an. Es fehlen natürlich sehr, sehr, sehr viele Sektoren, die natürlich noch in dieses Portfolio aufgenommen werden müssen. Und da die Kurse einiger interessanter Kandidaten für dieses Portfolio nun deutlich gefallen sind, wird es demnächst einfach mal wieder Zeit, einige neue Titel zu kaufen. Welche Aktien ich aktuell interessant finde, das wirst du dann im nächsten Video erfahren, wenn ich meine aktuelle Watchlist vorstelle. So, zurück zum Portfolio. Hier ist, wie gesagt, nicht viel passiert. Wir ignorieren mal den Kursverlauf. Die letzten Käufe fanden im Juni statt. Und mittlerweile sind wir schon bei Mitte September angekommen. Und hier habe ich einmal Meyer-Mellenhof-Karton nochmal nachgekauft, weil die sehr gute Zahlen gebracht haben. Und ich habe Cloudflare damals gekauft für 40,85. Und wir hatten ja davor schon mal Cloudflare für 55,47 gekauft. Hier am 10. Mai. Also da habe ich nochmal nachgelegt. Aber das ist, wie auch schon gesagt, einige Monate her. Meine erste Position in Meyer-Mellenhof habe ich ja schon deutlich früher aufgebaut. Das war im Januar. Das war sogar die erste Aktie dieses Portfolios. Vor 187 Euro und den Kurs habe ich natürlich, oder den Einstiegskurs habe ich jetzt ein bisschen reduziert. Hier habe ich vor 151 nachgekauft. Und es gab natürlich einen Split. Und ich war damals nicht sicher, ob das von Parkett übernommen wird. Aber Parkett hat es gemacht. Das war sehr nice. Also hier musste ich nichts machen. Soviel zur Ausgangssituation. Das ist mein Portfolio. Und dann schauen wir uns mal an, wie es mit den Kursgewinnen aussieht. Cloudflare ist in den letzten Tagen, naja, wieder deutlich zurückgekommen. Aber wir sind nach wie vor 23,9 Prozent im Plus. Und aktuell macht diese Position eben 21 Prozent meines Portfolios aus. Das ist etwas zu viel für meinen Geschmack. Wir sollten uns schon so auf, ja, 10 Prozent höchstens pro Aktie beschränken. Deswegen wird dann demnächst nachgekauft. Tomra war auch ein sehr günstiger Zugriff. Ich habe ja vor dem Split gekauft. Und dann kam der Split. Den musste ich manuell einfügen. Das wurde leider nicht ins System aufgenommen. Lag daran, dass es bei Tomra eine neue Easing gab. Aber dieser Kauf fand auch zu einem recht günstigen Zeitpunkt statt. Die Aktie musste ja ein bisschen nachgeben, nachdem die Zahlen nicht so gut aufgenommen wurden. Und allgemein ist ja die Stimmung am Aktienmarkt ja eher schlecht. Vor allem jetzt wieder in der letzten Woche und auch vor dieser Rallye war die Lage oder Stimmung sehr schlecht. Dementsprechend sind wir hier auch 21 Prozent im Plus. Novo Nordisk hat von Anfang an bis jetzt sehr viel Spaß gemacht. Auch noch 13 Prozent im Plus. Viva Systems war zeitweise auch mal, ich meine, über 15 Prozent im Plus. Und dann haben die letzten Zahlen etwas enttäuscht. Und die Aktie, ich glaube, die ist sogar um 20 Prozent eingebrochen. Sehen wir das hier irgendwo? Hier sehen wir die Wertentwicklung. Ja, wir waren mal bei 678 Euro. Und jetzt sind wir hier wieder bei 524 Euro. Sehen wir auch an der Performance. Also, ja, wir waren sogar zeitweise 33, 34 Prozent im Plus mit dieser Aktie. Da sieht man wieder, wie brutal dieser Einbruch war nach diesen Zahlen. Also, ja, ich bin nach wie vor langfristig optimistisch gestimmt, was Viva Systems angeht. Bin auch froh, dass ich diese Aktienportfolio habe. Investor AB schwimmt aktuell mit minus 1,25 Prozent hier im Portfolio. Langfristig bin ich hier auch optimistisch. Klar, die Stimmung ist aktuell gedrückt. Vor allem, was auch so Beteiligungen angeht, die nicht börsengelistet sind, weil da ja kein fester Preis drauf geschrieben wird. Und wenn es dann wieder zur nächsten Finanzierungsrunde geht, ja, dann ist es aktuell eher wahrscheinlich, dass die Bewertung geringer ausfällt als in Zeiten, wo es Geld zu Genüge gab ohne Zinsen. So, Dexcom musste auch ein wenig leiden. Wir können mal draufklicken zur Performance. Hier haben wir ja deutlich schnell große Verluste erleiden müssen. Minus 34 Prozent. Das hat sich aber dann deutlich gebessert. Der Kurs hat sich sehr gut entwickelt. Und mittlerweile sind wir eben nur noch 9 Prozent im Minus. Langfristig bin ich hier auch sehr optimistisch, was Dexcom angeht. Beziehungsweise ich traue dieser Branche sehr viel zu. Und das ist ja so ein Mix von Dexcom plus Novo Nordisk. Einfach auf den Trend, dass Insulin mehr gebraucht wird, beziehungsweise Diabetes leider, wenn man das in dem Kontext so sagen kann, schlimmer wird, beziehungsweise wächst, beziehungsweise mehr Leute Diabetes bekommen. So, Maya Mellenhof, trotz des Nachkaufs sind wir hier noch deutlich im Minus. Finde ich sehr schade. Das ist eine sehr gute Aktie. Wir waren zeitweise hier Ende Juni auch nur noch minus 1,97 Prozent im Minus. Aber hier werde ich sehr wahrscheinlich auch bald nochmal wieder nachlegen. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, diese Position wieder aufzustocken. Und dann bleibt noch Sophina übrig, die uns bisher nicht viel Freude gebracht hat, obwohl es ein eigentlich sehr solides und gut gefühltes Unternehmen ist. Ganz kurz zur Erinnerung, Fraser Pering, der durch den Wirecard-Short bekannt war oder wurde, hat Sophina geschortet, weil ein Unternehmen, an dem Sophina eine Minderheitsbeteiligung hat, Bijoux angeblich betrügt. Sophina hat dazu auch ein bisschen was gesagt, dass sie mit dem Unternehmen gesprochen haben, mit den Aktionären gesprochen haben, aber nicht im Namen des Unternehmens sprechen dürfen. Die Bewertung dementsprechend aber angepasst haben und so weiter. Also langfristig bin ich hier auch sehr optimistisch gestimmt. Aktuell ist halt nicht so der beste Zeitpunkt, in Sophina zu investieren. Und da das mit Fraser Pering, dem Shorten, alles noch nicht geklärt ist und die Lage an den Aktienmärkten ja für so Private Equity Fonds, also Sophina investiert auch in Private Equity Fonds, aktuell nicht so gut ist, habe ich hier ein bisschen gewartet mit dem Nachkauf. Aber ich werde hier demnächst definitiv wieder einsteigen bzw. die Position etwas erhöhen. Das war es erstmal mit dem Community Portfolio, ganz kurz zur Entwicklung. Wir waren lange Zeit mit diesem Portfolio im Minus, wie wir hier erkennen können an diesem Chart hier, an der Wertentwicklung. Diese graue Linie ist immer der Kaufwert und diese dunkelblaue Linie ist unser Portfolio wert, also wir waren lange Zeit im Minus. Dann waren wir mal deutlich im Plus und jetzt sind wir wieder leicht ins Minus gerückt, aber wenn wir uns überlegen, wie sich die großen Indizes entwickelt haben, ist dieses Portfolio, obwohl es so klein ist oder vielleicht gerade deswegen, ziemlich gut gelaufen. Also wir müssen mal bedenken, hier am 15.06. S&P von Futtert minus 18,7%, MSCI World minus 19,87% und dieses Community Portfolio nur minus 9,74%. Also ich bin ja sehr glücklich mit diesem Portfolio, mit dieser Entwicklung aktuell, obwohl wir sowas wie Sophina vor dem Short-Ends Portfolio aufgenommen haben, was natürlich sehr ungünstig war. Aber ich bin sehr, 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 sehr zufrieden und bin gespannt, wie es sich in Zukunft weiterentwickeln wird. Jetzt schauen wir uns ganz kurz die anderen Portfolios an, die ich vor drei Monaten erstellt habe, zu einem deutlich besseren Zeitpunkt. Also das Community Portfolio ist ja zu einem sehr, sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt gestartet. Die anderen sehen dementsprechend etwas besser aus. Wir beginnen nicht mit den 15 Qualitätsaktien, das heben wir uns bis zum Schluss auf. Wir beginnen als allererstes mit meinem modifizierten Weltportfolio. Und hier habe ich ja nicht einen normalen ACWI oder einen Fuzi All World ETF genommen und ich habe auch nicht einen normalen MSCI World genommen, sondern ich habe einen nachhaltigen MSCI World ETF mit einem MSCI World Small Cap kombiniert, auch nachhaltig. Und das Ganze mit einer Emerging Markets Alternative. Hier ist China geringer gewichtet als in EM Asia ETFs und wir verzichten auf alle Schwellenländer, die nicht zu den asiatischen Schwellenländern gehören. Also hier fliegt sehr viel raus. Und das Portfolio hat sich ziemlich gut entwickelt. Aktuell liegen wir sogar über dem MSCI World und auch über dem S&P 500. Aktuell sind wir nach wie vor 7,58% im Plus. Bin sehr zufrieden mit diesem Portfolio. So, auf zum nächsten. Dann habe ich ein oder zwei Musterportfolios erstellt. Also diese beiden oder die ETFs, die im iShares MSCI World ETF Depot und im Vanguard World ETF Depot enthalten sind, besitze ich nicht privat. Das war nur zur Visualisierung, um die beiden mal zu vergleichen. Hier haben wir ein MSCI World quasi nachgestellt oder nachgebaut. Ich zeige das mal ganz kurz für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Am besten einfach die Videos dazu anschauen. Da wird das genau erklärt. Also wir haben einen Europa ETF, einen Japan ETF, einen entwickelten Asia-Pazifik ETF, einen Emerging Markets ETF und dann den MSCI World Small Cap, weil es den von Vanguard nicht in der Form gibt. Also wir haben das quasi nachgestellt, so ein Weltportfolio. Und wir liegen aktuell auch über dem S&P 500 und über dem MSCI World. Es gab aber auch eine Phase, da war der S&P 500 dann besser als das Portfolio aktuell. 6,84% im Plus, also schlechter als mein modifiziertes Weltportfolio. Und das gleiche habe ich dann auch in der iShares-Variante gemacht. Hier sind wir bei 6,78% Performance. Also wir sehen, aktuell ist das Vanguard-Welt-ETF-Depot ein wenig besser, aber bei dieser kurzen Zeitspanne sagt das nichts aus. Und es gab eine Zeit, ich glaube sogar einen Monat lang, in der das iShares-Weltportfolio besser lief als das Vanguard. Aber wie gesagt, das hat überhaupt gar keine Aussagekraft. Hier haben wir quasi genau das Gleiche gemacht. MSCI Europe, MSCI Japan, MSCI Pacific Ex-Japan, MSCI Emerging Markets IMI, MSCI World Small Cap. Und das ist die aktuelle Entwicklung. Und was ich schön finde, bei diesen ETFs, also wenn wir jetzt nur auf ETFs setzen, wären wir mit allen nach wie vor ein Plus. Obwohl es ja in den letzten Wochen wieder deutlich bergab ging. Wenn ich mir so ein ETF-Portfolio anschaue, dann denke ich, warum tut man sich das an und investiert in so Wachstumsaktien, die dann an einem Tag 20, 30% verlieren. Es ist eben nicht für jeden das Richtige, aber es tut gut, wenn so eine Aktie dann auch mal richtig explodiert. Das sieht man natürlich bei ETFs nie und man hat eine ganz andere Verbundenheit zu Unternehmen. Und ETFs sind eben das Langweilige, aber ich kann immer nur wieder betonen, ETFs sollten deine Basis sein. Sonst wirst du, wenn du schlecht pickst, wenn du unerfahren bist etc. eher Geld verlieren als ein Vermögen aufbauen. Also deswegen ETFs immer als Basis. Obwohl ich sehr viele Aktien habe, bleiben meine ETFs immer meine Basis und der Großteil meines Vermögens steckt eben in ETFs, in wenigen ETFs, nicht in 20 ETFs. Das wäre ein bisschen zu viel. So, da wir über sehr viele ETFs gesprochen haben, kommt jetzt natürlich auch noch mein Themen-ETF-Depot. Hier habe ich fünf Themen-ETFs gekauft. Ich habe einmal den Cyber Security ETF gekauft. Also Thema Cybersicherheit spielt ja immer eine größere Rolle oder wird immer eine größere Rolle spielen. Dann einmal Healthcare Breakthrough, also unsere Biotech-Unternehmen sind in diesem ETF gelistet. Dann habe ich zwei nachhaltige ETFs genommen. Meine liebsten nachhaltigen ETFs, die ja immer als Kombi gesehen werden. Also Rise Environmental Impact 100 und den Sustainable Future of Food, die natürlich nicht unbedingt als Performance-Treiber angesehen werden. Beide sind ja auch Impact-Produkte. Also die Nachhaltigkeit geht hier über die Rendite. Und dann habe ich noch, ja, einen letzten ETF genommen. Das ist kein Themen-ETF. Das ist quasi so der nächste Nasdaq 100. Beziehungsweise in diesem ETF sind die Unternehmen gelistet, die nicht im Nasdaq 100 sind, sondern den 100 Unternehmen, die im Nasdaq 100 sind, folgen. Also quasi die Next Big Player. Und hier gefällt mir, dass es einen Cap gibt. Also eine Aktie kann nicht wie Apple oder Microsoft 20% Gewicht in diesem ETF einnehmen, was es im Nasdaq 100 leider gibt. So und hier sehen wir die Entwicklung. Am schlechtesten entwickelt hat sich der Rise Sustainable Future of Food. Aber dieses Thema schlägt auch wirklich noch in den Kinderschuhen. Am besten entwickelt hat sich der Healthcare Breakthrough ETF. Also hier sehen wir aktuell eine Performance von 16,3%. Das sah aber auch schon mal anders aus. Wir waren zeitweise über 30% im Plus mit diesem ETF. Also verrückt, was bei diesen Biotech-Unternehmen passiert ist. Es gab auch einige Biotech-Unternehmen, die übernommen wurden. Dementsprechend stiegen dann einige Kurse. Mit dem Invesco und Nasdaq 100 lagen wir aber zeitweise 26% im Plus. Und mit dem Cyber Security ETF lagen wir zeitweise 25% im Plus oder über 25%. Und wenn wir uns die komplette Entwicklung anschauen, gab es zeitweise eine Phase, in der dieser ETF bzw. dieses Depot über 30% im Plus war. Aktuell sind wir noch bei 11,58%, was wirklich sehr, sehr stark ist. Okay, vielleicht waren 30% übertrieben, aber 23% im Plus waren wir mit diesem Portfolio. Und einzelne ETFs in diesem Depot waren über 30% im Plus. Das ist korrekt. So, und aktuell sind wir, oder wir sind fast die ganze Zeit besser gelaufen als S&P 500 und MSCI World. Wir haben aber auch einen guten Zeitpunkt erwischt zum Start. Ich habe ja gesagt, vor drei Monaten war es ein sehr günstiger Zeitpunkt. Im Nachhinein kann man das immer sagen. Damals wusste ich nichts davon, aber es war anscheinend ein guter Zeitpunkt. Es kann aber natürlich sein, dass die nächsten Wochen und Monate wieder richtig schlimm werden und es zu einem erneuten Crash kommt. Und dann kann es sein, dass ein besserer Zeitpunkt zum Investieren erst in der Zukunft liegt. Das werden wir dann aber auch erst erfahren. So, und dann schauen wir uns zum Schluss noch meine 15 Qualitätsaktien an. Mit diesem Depot bin ich aktuell 8,43% im Plus. Ganz kurz zum Vergleich, mein Modifiziertes Weltportfolio ist 7,58% im Plus. Also aktuell sind die Aktien noch besser als die ETFs, kann sich aber sehr, sehr, sehr schnell ändern. Dieses Portfolio performt nach wie vor besser als der S&P 500 und der MSCI World, kann sich aber wie gesagt auch wieder schnell ändern. Zeitweise über 19% im Plus. Unsere beste Aktie im Portfolio, Apple mit 23,05%. Ist einfach verrückt, was Apple immer und immer und immer wieder liefert. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere die neueste Apple-Präsentation angeschaut hat. Ich fand die Produkte jetzt nicht so weltbewegend. Und es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt das neue iPhone kaufen muss. Werde ich auch nicht. Aber ich kann mir denken, dass Apple in Zukunft wieder was sehr Innovatives auf den Markt bringt. Ich hoffe es, ich denke es, ich bin gespannt. Und ich traue diesem Unternehmen wirklich alles zu. Also unglaublich, was Apple wirklich erreicht hat. Und nach all den Jahren noch an Performance bringt. Also wirklich 23% dieser kurzen Zeitspanne ist unglaublich. Sehr gut entwickelt hat sich auch Danaher und auch LVMH. Das ist auch verrückt. Und den Leuten fehlt das Geld für die Energie, für Strom, für Gas. Und dann gibt es so andere Menschen auf der Welt, die einfach Tausende an Euros oder Dollars für Luxus ausgeben können und wollen und Preiserhöhungen einfach in Kauf nehmen. Das ist grotesk, muss man an dieser Stelle sagen. Aber gut für die Shareholder, nicht so gut für den Rest der Welt. Und dann hat sich noch Deere sehr gut entwickelt. Aktuell über 17% im Plus. PepsiCo hat sich auch sehr gut entwickelt. Die Unternehmen haben sich eigentlich alle sehr gut entwickelt. Am schlechtesten performt hat Nvidia aktuell die einzige Aktie in diesem Portfolio mit einem Minus von 10%. War auch sehr, sehr, sehr sportlich bewertet. In Nvidia steckte extrem viel Fantasie drin. Und Nvidia spielt eben in zahlreichen Branchen eine sehr große Rolle. In zahlreichen Zukunftsmärkten ist Nvidia quasi nicht mehr wegzudenken. Und dementsprechend steckte hier sehr viel Fantasie drin und sehr viel Hoffnung. Und dass die mal ein bisschen gedämpft wird durch ein wenig schlechtere Zahlen, durch Krypto, das nicht so gut läuft und jetzt den Merch von Ethereum. Also, ja, Nvidia musste ein bisschen Dampf rauslassen. Dementsprechend ist der Kurs ein bisschen zurückgekommen. Schauen wir uns mal die Performance an. Zeitweise hier auch 26% im Plus und aktuell minus 10%. Ist natürlich nicht so schön, aber kann bei so einem Unternehmen natürlich immer passieren. Vor allem, wenn das KGV ja in die Höhe schießt. Langfristig glaube ich nach wie vor ein Nvidia. Für mein privates Depot habe ich Nvidia auch am Freitag, am 16. nochmal nachgekauft und die Position ein wenig aufgestockt. So, das war's mit dem Depot-Update im September. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei dir aktuell im Portfolio aussieht. Natürlich tut es immer weh, wenn die Kurse fallen und das Portfolio rot aussieht. Man muss auch nicht unbedingt jeden Tag in die App reinschauen, aber man muss immer denken, es sind günstigere Kurse, wir investieren langfristig. Dementsprechend kann man jetzt günstiger nachkaufen. Sparpläne immer laufen lassen und wenn man Geld übrig hat, kann man sich sogar die Frage stellen oder überlegen, ob man nicht vielleicht die Sparrate langsam erhöhen möchte, weil die Kurse ja aktuell wieder deutlich zurückgekommen sind. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir sehen uns in einem zukünftigen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.